Du strickst einen Schal? Einen leckeren Kaugummischal mit Apfelkirsch-Zitrone-Geschmack. Dann kann man unterwegs vom Schal abbeißen. Und wenn man den ganz gekaut hat, soll man dann frieren? Nö, dann sollte man wieder zu Hause sein. Jetzt mit Apfelkirsch-Zitrone-Geschmack. Das neue Tape von Hubba Bubba. Auch neu, der Glob Cola Zitrone. Mega Fun mit Bubblegum.